machen wir das jetzt einfach mal hier haben wir uns das Werkzeug. Ich brauche zwei so Toolrods. Ich mache auch noch mal zwei Stück davon. Dann bauen wir noch eine Axt, einen Axtkopf. Binding brauche ich da zwei. Schaufel brauche ich auch. Die können schon weg. Gut, also Schaufel. Einmal das, einmal das, einmal das. Und Axt noch mit dem. Jetzt haben wir schon relativ gutes Werkzeug. Modifier 3. Modifier bringt uns noch nichts. Okay. Speed würde uns was bringen. Theoretisch. Praktisch eben auch noch nicht. Weg damit. Weil wir eben noch kein Werkzeug haben in dem Sinne. So. Ich gehe jetzt mal oben testen, ob das funktioniert. Aber es müsste eigentlich gut funktionieren. Solide. Wir bräuchten jetzt natürlich Redstone, um das ganze Ding hier abzugraden. Gut ist natürlich, dass wir hier Diamantenspitzhacken Level haben. Das heißt, wir können Diamanten abbauen. Obwohl wir jetzt in dem Sinne keine Eisenspitzhacken haben. Deshalb ist eben auch wichtig, aus welchem Material ihr eure Spitzhacken macht. Aber das geht ruckzuck. Und wenn wir gucken... Ähm... Tick. Eine Eisenspitzhacken. Hat eine Durability von 250. Und die Bronze... Von 630. Also das ist schon erheblich. Das ist fast dreimal so lang. Und natürlich von der Geschwindigkeit auch ziemlich nice. Jetzt bin ich gerade nur am überlegen. Ähm... Repair... Ähm... Mending Moss. Ähm... Mosse Cobblestone. Mosse Cobblestone kriegen wir. Dann machen wir hier nämlich gleich Repair auf die Spitzhacke. Müssen wir nur runter im Wald. Da liegen ja genügend, äh... Mosse Cobblestones rum. So. Und wir werden uns auch wirklich bald, ähm... Um... Die ganze Geschichte hier mit der Brücke kümmern. Jetzt gerade mal eine Baukiste. Die eben Bauzeugs rein kommt. Bauutensilien. Dun dun dun. Cobblestone. Cleanstone. Dirt. Gravel. Richtig. Sieht gut aus. Und andere Seite. Okay. Was ich jetzt ausprobieren wollte war, ob wir die einfach so reparieren können. Ne. Aber in einer Toolstation. So. Jetzt kann man gucken, wo wir hier von den Steinen rumstehen haben. Wahrscheinlich unten. Im Birkenwald. Von dem Mosse Briggs. Ne. Eher nicht. Naja, aber wir sind ja doch relativ schnell unterwegs. So. Das wird da doch... Also ich brauche auf jeden Fall, äh... Ich nehme mal ein paar mit von diesen Mosse Briggs. Ja, nice. Okay. Doch, noch was zu essen. Ich dachte, ich hätte nichts mehr. Ah, es wird schon wieder dunkel, hä? Ob das so klug war, jetzt nochmal loszuziehen? Wir werden 10, wenn wir sterben. Ich weiß, dass ich ungefähr in die Richtung muss. Hier ist der Wald. Und... Macht der immer Dreck? Hier. Hier ist ein Wald. Ich weiß immer noch nicht, was das hier ist. Was da passiert. Vielleicht spawnen da besondere Zombies oder so. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Hier müssten doch eigentlich diese Steindinger gewesen sein. Wo war denn das? Was war hier irgendwo? Ich bin mir sicher. Das war wahrscheinlich schon ein besonderes Biom, in dem das war, mit den Mosse Briggs. Und unten stehen ein Haufen Skelette rum, aber keine Steine. Da ist ein Wolf. Wo war denn das? Wo war denn das? Das war doch hier irgendwo. Ich glaube, jetzt bin ich schon wieder fast beim Dorf. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich bin ja schon wieder. Ich bin ja schon wieder mit dem Schuss. so schön die Blöcke hier für mich abbaut. Nehmen wir die auch mit. Boah. Action, Action. Aha. Wir haben mal einen Meteor. Eigentlich hätte ich ja nach den Mossy Bricks geschaut, gell? Aber wenn ich jetzt schon mal hier bin. Pickaxe Level Obsidian. Ach so, haben wir nicht. Da steht ein Creeper. Wo sind denn diese Steine? Da stand doch ein Creeper. Da hinten, okay. 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 Ich will da jetzt Mossy, ähm. Autsch. Autsch. Solange die mich nicht in irgendeine Höhle schießen, ist mir alles egal. Oh, Enderman. Creeper. Das war in irgendeinem Biom hier. Ich habe allerdings nicht gedacht, dass es so weit weg ist. Ich dachte, das wäre näher gewesen. Ist wohl aber nicht der Fall. Jetzt bin ich wirklich fast schon wieder beim Spawn. Lass mal hier kurz den Enderman da anlocken. Schade. Mit einer Enderperle wäre man schnell da drüben gewesen. Hm. Das sieht so aus, als müsste man noch ein Stück gehen. Gut ist, dass der Todespunkt uns zeigt, wo wir nachher hin müssen. Ich hoffe mal, dass hier keine Zombies im Wasser gibt. Äh, der Todespunkt zeigt uns ja, wo unsere Basis ist. Von dem her ganz praktisch. Zumindest im Moment. Lass mich doch in Ruhe. Oh, wir sehr. Okay. Ja. Also, da werden wir hier. Haha. Also, da. Das Skelett wird von den Wölfen angegriffen. Wo sind die Steine, oh nein da ist so ein Blaze, so ein Ice Blaze war das. Das muss doch hier irgendwo gewesen sein, das kann doch nicht wahr sein.